hallo und herzlich willkommen zurück meine lieben freunde willkommen zurück zu beruf der dortmund projekt ja 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 die folge nach der folge nach meinem geburtstag ja ich habe jetzt am 6.3 ist die letzte folge rausgekommen wie gesagt immer mindestens sonntags sonst habe ich so viele folgen wie es geht raus und ja ich weiß nicht ob ihr es mitgekriegt habe ich habe nebenbei jetzt am sonntag am 6.3 auch noch eine fifa folge rausgehauen wenn es euch interessiert ich starte den karrieremodus ich habe überhaupt keine skills kann gar nichts und wir stärken einfach mal in die karriere wir spielen auf jeden fall kein erstiger klub wie hier mit dortmund und gehen hier einfach mal wir gucken einfach mal was ich hier so machen dass mir wurde in die kommentare geschrieben vom lieben kilian es dass ich die die art wie ich die spielezeige ändern soll auf sofort berechnung damit damit man da die mannschaft oder schrägstrich die mannschaften sehen kann und das werden wir natürlich machen direkt gegen via real und dann habe ich auch die möglichkeit zur halbzeit zu wechseln nicht nur zur halbzeit zu wechseln sondern auch mal in der 60 minuten und da werden wir auf jeden fall mal gucken unsere mannschaft steht so weit schon war in der elfte spiel tages genauso wie pellegrini einfach eine 16er former das ist unglaublich pellegrini und schlotterberg die wollen einfach nicht mehr dass die anderen hier spielen ja manolas hat eine gute form koulibaly ist das stärker aber aber moukou super form alan ist hart hat jetzt auch wieder eine gute form und die sacca ja der kommt jetzt gleich rein gegen bielefeld auf der pause machen und dann kommt er auch direkt rein und so war schafft wenn man sich das anguckt einfach nur die form die einzigen probleme die wir haben sind unsere flügel die maria kommt nicht wirklich mehr rein ins spiel und ja teamo werner ist teamo werner da fehlt irgendwie noch das letzte bisschen das wird er schon hinkriegen das wird er auf jeden fall hinkriegen wir gehen in die woche und wenn irgendwas spannendes passiert sehen wir uns gleich und mit irgendwas spannendes meint ich wir haben es gewonnen wir haben gewonnen die nächste champions league das nächste schattelzig finale ist ein finale daheim nicht daheim sonst wäre es ja bayern daheim wir könnten also rein theoretisch in der nächsten saison wenn wir in die schäpe sie kommt müssen wir alles dafür geben um ins finale zu kommen um zu hause im westfalen stadion nicht signal park oder wie sie es jetzt nennt die erste arena oder wie sie es genannt haben wir spielen zu hause in unserem stadion das wäre natürlich nice aber dieses jahr ist ja auch noch nicht abgeschrieben wir stehen ja gut da wir sind dagegen wie ja geht es los wir gehen direkt in die taktiken wir haben nicht wirklich okay wir haben ein paar nachrichten gekriegt aber was bringt uns diese nachrichten wir haben spieler aus belgien gescoutet aber aber auch nicht wirklich auch nicht wirklich so wie ich das zu hervor hatte so und deswegen heißt es erste mannschaft eröffne die taktik und der direkte vergleich wie real paco alcazar kurz geht raus einer sehr sehr schöner spieler den wir damals hatten in dortmund es war einfach schön mit dem namen ist samuel schuko weser er könnte probleme bereiten was die schwierigkeit geschwindigkeit angeht aber ich denke pedigrini kriegt das hin und dann haben wir gomez der könnte nach david ich denke ich bis zackert keine großartigen probleme mit haben dann haben wir einen manu die regerius da kümmert sich einfach mal kümmern sich mal kassa und rasch ja dass ich raschel dass ich raschel drin das ist die frage das hat eine super form jude bellingham nicht so aber es ist wesentlich stärker ich glaube das kriegt raschel hin ich glaube das wird raschel hin kriegen du kümmerst dich einfach mal um triggerios oder wieder ausgesprochen und ich weiß es nicht genau so dann schlatter becker manolas die ja ihr kümmert euch so und ich denke ich denke das wird das wird so laufen das wird so laufen mokoko startet haaland kommt von der bank daniel morgen morgen marco reuss rain hat eine bessere form jetzt als reuss und jude bellingham ja der kommt wahrscheinlich höchstwahrscheinlich für raschel rein aber wir gehen rein und dann diesmal sollen wir auf die sofort berechnung gehen nicht den videotext sondern die sofort berechnung wir können das gewinnen wir spielen zu hause wir werden nicht verlieren wir dürfen nicht verlieren zu hause und gehen direkt rein aber wir machen das noch mal ein bisschen zurückdrehen zur halbe hauswechslung anhalten und zur halbzeit anhalten so es sieht gut aus und momentan kriegen wir mehr chancen aber wir kriegen auch die erste gelbe karte manolas ohne gute chance aber ist nichts ist wird einfach nichts 36 minuten und am richard vorlage kostet manulas besser kann es nicht in die zweite in die erste halbzeit die erste halbzeit kann besser nicht enden so perfekt wir gehen mit einem 1 0 führung in die halbzeit und bis akka kommt nicht wirklich klar geht euer bestes hier gibt euer bestes einfach weiter kommt dann bis akka kritisieren manolas super spiel super spiel super spiel die maria haben wenn wir ein paar siebziger und die werden einmal massiert und muss koko jahren kriegt die zweite halbzeit dann rasch kommt jude bellingham rein und das wird das ich denke das wird so laufen wir können wir können ja jetzt gleich wechseln das ist das gute ich kann alle spiele aufwärmen lassen und dann gehen wir erst mal ein bisschen weiter und erding haaland erhöht direkt auf 2 zu neu perfekt es sieht wieder sehr gut ausgehen wie real hinspiele haben wir glaube ich auch 3 0 gewonnen ehrling haaland macht auch direkt das 3 zu 0 wir sind nennen der 5 64 die regler macht noch mal 1 tut bergermann nur das kommt jetzt runter weil ich die gelb rote nicht riskieren will und der donna malin kommt rein für die maria der auch nicht wirklich ins spiel kommt aber ist nicht so schlecht macht und ein wechsel behalte ich noch weiß dann noch irgendwas passieren sollte timo werner macht auch noch mal ein ding beste leben einfach so 76 pellegrini kriegt noch mal eine pause oder auch noch mal seinen saft dazugeben damit sind wir auch mit dem wechseln durch mit der formation also mit diesen dingen läuft das besser auch mal den torschüssen wenn man so bedenkt 5 zu 0 gewinnen wir das ding hier wenn man so bedenkt haaland kommt rein macht einfach zwei tore ist auch bester spieler von uns geworden direkt dann gehen wir die ergebnisse und gucken einfach mal dann gucken wir einfach mal atalanta gewinnt 2 0 gegen brügge und wir sind damit erster weil wir zehn tore und zwei gegentore haben ok 50 ja wir haben uns natürlich klar verbessert und brügge wir sind jetzt sechs punkte vor brügge und via real das heißt eigentlich müssen wir noch ein spiel gewinnen damit wir wirklich sicher sind wir wollen wenn wir beide verlieren könnten wir rein theoretisch noch runter kommen aber ich denke das ist der atalanta und ich sind durch dann gruppe a milan hat das auch noch nicht sicher da können quasi noch alle weiter kommen auf jeden fall gewinnt milan 2 1 hat auch das dritte spiel jetzt gewonnen also drei spiele eine niederlage sind genauso wie wir reingestartet monaco gewinnt 21 war ok auf jeden fall sehr interessant es geht langsam gegen die endphase zu dann haben wir hier der madrid vier spiele vier siege und 19 zwei tore die lassen sich geben sich keine blöße genauso wie leipzig die spielen auch sehr gut da aber es ist noch nichts entschieden außer für real vielleicht weil das leipzig die noch einholt ist sehr sehr unwahrscheinlich in der gruppe c da sind wir schon vergessen gruppe d ja atletico gegen bodo 1 1 man braucht nichts dazu sagen juwe 1 2 1 gegen porto und atletico und so das auch noch nichts wirklich gegessen also rein theoretisch kann porto sogar noch hier auf diese plätze kommen aber sieht der schwierig aus ich denke bodo macht wenn porto jetzt nicht gewinnt gegen bodo glimt machen sie das ding in europa league und juwe und atletico streiten sich halt um den ersten platz gruppe manchester city verliert 3 1 gegen perius 3 als sokratis macht einfach ein tor die quino soares 33 und 35 es ist unglaublich volk verliert 2 zu 4 gegen barcelona und ja was ist auch hier ist die gruppe die gruppen sind so eng die einzige wirklich sicher sind sie dreht ist real madrid stand jetzt hier als gruppe f und da haben wir wieder was sicherheit angeht mensch hat sie nach ist es safe weiter wenn ich sogar selbst gruppen erster weil die müssen ja quasi nur noch einmal unentschieden spielen die gewinnt 32 gegen salzburg und vanitzen petersburg drei gegen sporting lissabon ok 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 dann gruppe g liverpool vier spiele vier siegel zwölf punkte sechs punkte vorsprung auf dem zweiten also die sind auch safe weiter hinter meiland und amsterdam streiten sich noch um den zweiten platz würde ich sagen und die gewinnen auf 5 0 gegen kiev und ajax gewinnt 2 1 gegen inter da haben sie schon mal ein vorgelegter würde ich sagen wenn sie das nächste spiel gewinnen weil inter muss gegen liverpool und das war ja im hinspiel nicht so gut das war glaube ich 70 70 haben sie in liverpool verloren an der entwicklung daran die gruppe h paris erster ich gefolgt von bayern und besiegt das und slavia prak hat auch noch die möglichkeit da ist auch alles offen aber bayern gewinnt das rückspiel und gewinnt 1 0 gegen paris durch robert wenn man das gegen vierte minute das waren besiegt das gewinnt gegen slavia prak ok ok es ist noch alles offen wir gehen in die stürme rein und guck mal ausverkaufte hütte mega support von den rängen und dann so ein spiel mehr braucht man nicht um mit einem bereiten grinsen in die kabine zu gehen rafael guerrero es geht raus es war ein großer vorteil für borussia dortmund dass es ein heimspiel war sie haben den sieg verdient das ist alles was ich sagen kann trainer uday emery so dann brügge wir haben über weite strecken der partie viel zu weit von den gegenspielern weggestanden und immer nur reagiert so kann man kein spiel gewinnen deshalb ist der sieg bei atalanta bergamo hoch verdient atalanta bergamo hat die spielfreude gezeigt die uns gefehlt hat trainer philipp clement oder clement wie es ausgesprochen wird dann endlich haben wir auch mal nach der pause gut gespielt die räume zugestellt über die flüge gespielt und verdient gewonnen trainer gian peri gasperini und uhr emery hat mit seinen aussagen über uns natürlich zitat des tages gemacht gg auf jeden fall und kurz danach das nächste heimspiel harland mit einer 16er form und an 90er stärke was euch dazu sagen timo werner einfach auch eine super form den kann ich sogar noch nicht mal rausnehmen obwohl er so angeschlagen ist wie tinia ist wieder fit den kann ich auch mitnehmen für emre chan weil gegen leipzig würde ich schon lieber emre chan spielen lassen obwohl wir danach erst mal zwei wochen haben ich kann mitnehmen ja jude bellingham eine gute form den kann ich für links da dann nämlich mache ich das doch dann mache ich das so ja wie tinia bleibt erst mal auf der bank auf der bank weil von der form her passt es einfach nicht bellingham chan dürfen spielen von anfang an dann schlatter weg bleibt natürlich drauf mit seiner monster form dann haben wir mal null aus mit seiner monster form pellegrini und euro da konkurriere wieder von anfang an rein bis sacca bleibt drin das ist eine die einzige position die noch nicht so gut kraft drauf es ist natürlich hier ein die maria aber wir nehmen mal knauf mit der kann auch mal wieder ran gegen köln können ist jetzt auch nicht so viel hundert punkte nur schwächer als wir ja wir gehen einfach mal rein wir nehmen einfach mal mit wukuku bleibt auch dabei ja und dann gehen wir in die taktik würde ich sagen im vergleich da haben sie in anthony modest neun spiele drei tore macht er immer noch die wichtigen tore luis schaub meiste tore vorbereitet weißt du bescheid ne meiste tor geschossen du da du kümmerst dich darum und bellingham du kümmerst dich um schaub dann sind sie ja mit einer engen raute das sind voll die fifa taktik wenn ich das so gesehen habe also damals war es ich weiß gar nicht wie das jetzt ist und ich habe auch wirklich keine ahnung wirklich von den taktiken in fifa und ja dann die team taktiken bleiben so würde ich jetzt mal sagen weil es läuft ja und wir gehen rein ins spiel obwohl nein wir können auch mit den leuten reden in dem namen mit irgendjemand noch nicht so oft gesprochen ja mit mit den ja ja wie geht es der familie kommen aber das wäre schöner werden sie mit mir über fußball reden okay du hast gut trainiert im training alles natürlich sehr gut trainiert er kommt auch immer mehr rein und auf dass man jetzt hat vielleicht muss ich ihn sogar wirklich verleihen und dann noch mal gucken du musst körperlich stärker werden knaufen ein gewinn training alles schenk mich an ja so rein hier kann ich nicht sagen ich kann die nur fertig machen so du hast gut trainiert ok 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 ertrag euch wieder ich sagte so lange bis du sagt okay dann den malen gregor kobe du trainierst sensationell 78 78 er darf sogar bald wieder an der uefa schädel zieg diese folge noch gar nicht anscheinend so und dann gehen wir ein spiel gegen köln und gucken einfach mal sofort berechnungen wieder wir geben unser bestes und gehen direkt ein spiel anpfiff erste minute es bleibt erstmal ruhig natürlich aber da kommt die erste aktion in der sechsten minute und ja da ist raus nichts gewonnen doch die chance ich weiß ich wieder ausgesprochen hat sich was 1 0 gureo legt direkt nach in der 15 und 2 0 für uns es läuft m richard mit den 3 zu 0 in der 22 das wird ja richtiger spießroutenlauf für köln anscheinend 22 minuten und wir führen 3 0 dann kriegt harland noch mal eine gelbe karte aber das ist ja nicht allzu schlimm würde ich sagen jetzt macht köln ein bisschen druck natürlich nicht so schön aber wir gehen mit 3 0 führung nicht also wir können uns wieder mal einfach nicht beschweren 1 0 1 0 2 0 dann haben wir einen vierer hier und ja kommen wir nun das wird auch noch mal gelobt man nur das wird auch noch mal gelobt haben wir die 69 also besser gesagt die 60er die werden noch mal schön massiert dann lass uns genauso weitermachen wir kontrollieren das spiel über meisten die maria kommt nicht rein da kommt genau von anfang an rein und den rest lasse ich erstmal so wir werden auf jeden fall gleich noch wechseln muckuck kommt auf jeden fall noch mal rein und mal gucken wer noch alles reinkommt so die zweite halbzeit läuft erstmal erling harland mit dem 4 zu 0 der macht jetzt auch noch mal seine bude ist schon mal schön wenn die stürmer treffen ist immer gut 63 wird mal zeit für mich zu wechseln dann haben wir eine mako reuss der mal wieder reinkommt dann schlotterberg koulibaly darf mal wieder rein habe ich noch zwei wechsel übrig soll ich harland runter nehmen oder was mache ich was mache ich ich warte noch ich warte noch harland kriegt vielleicht später noch eine pause so es läuft das bisschen ruhiger jetzt 78 jetzt kann ich noch mal wechseln jetzt kommt harland runter unter berlin kann krieg auch noch eine pause mal gucken vielleicht kann die ja noch was machen die beiden team wo wäre nach vorlage 1 knapp 5 zu 0 es läuft es läuft es läuft das läuft aber das spiel ist noch nicht vorbei wir haben noch die 90 oder darf wir gewinnen auch 5 zu 0 gegen köln also dieses 15 ergebnis gefällt mir damit kann ich durchaus leben kann man durchaus mit leben harland schießt mal wieder ein tor der hat jetzt neun spiele drei tore ein bisschen wenig noch aber 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 timo wer hat auch getroffen guerrero ermitteln wie gehen in die ergebnisse und gucken einfach mal wir gewinnen 50 gegen köln frankfurt verliert 03 gegen leipzig leberkusen 11 gegen wolfsburg union verliert 0 1 gegen bayern gladbach 1 0 gegen bochum freiburg 2 1 gegen kräuter führt hoffenheim 1 zu 3 gegen härte augsburg 03 gegen stuttgart und bielefeld 12 gegen mainz wir sind damit auf dem zweiten platz bleiben aber weiterhin vier punkte hinter den bayern das wird noch ein schlagauftausch ich frage mich wann wir gegeneinander spielen und ich glaube das ist 17 spieltag jetzt hinter 15 spieltag müsste das sein aber es wird spannend es wird schon wir können wir auf einen punkt rankommen vielleicht stolpern sie davon noch und wir können sie an sie vorbeiziehen werden wir natürlich gewinnen das ist noch eine andere sache wir müssen weiterhin so gewinnen dann gehen wir in die stimmen jeder sollte an irgendwas glauben und wenn es bei borussia dortmund ist ls aus dort und fernbusser dortmund meine worte sogar zitat des tages europa vokal hat hier im verein nie jemand gesprochen wir wollen nur eine saison ohne große angst spielen trainer steffen baumgart spieltag statistik edmond papsower ist spieler des tages von leverkus ist er nicht der einzige mal lass ihr erst dabei von uns haben wir drei man die sakker americano geriro läuft hat bei euch von bolsburg haben wir per wahn und arnold von hertha haben wir serra und tussar von leipzig haben wir olmo und bürtios von mainz gg auf jeden fall timo werner und angel die maria sind bei vor dem spiel gegen leipzig mega angeschlagen die kriegen auch ihre pause und ich wollte dann ja mal eigentlich wahrscheinlich gar nicht mitnehmen aber was soll es wir nehmen sie einfach mal mit die maria dafür kommt knauf und rein je hat wieder eine chance mit zu kommen marco reuss startet mal wieder für reina der sehr 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 gute spiele macht da kann ich mich überhaupt nicht beschweren schlatterberg geht langsam wieder zu seiner normal form runter ist aber immer noch bei 12 und immer noch wesentlich stärker als ein koulibaly von der form manolas denkt sich auch einfach so warum soll ich meinen platz jetzt hier abgeben wenn ich das nicht muss und ja knauf und malen wir sind durch ein bisschen schwächer aber immer noch ein bisschen stärker als leipzig und ich habe jetzt gerade was gesehen wir haben ein jugendspieler beibekommen mit denen um den ich gekämpft habe jugendspieler berns borgner wechselt zu uns er kommt aus ungarn und ja sieht doch schon mal sehr sehr gut aus er spielt jetzt in der zweiten mal in der jugendmannschaft in der a jugend und ist noch nicht mal gesetzt ist noch nicht mal gesetzt aber er wird wahrscheinlich bald gesetzt werden und kriegt genauso wie jürgen huber und seinen profi vertrag für die zweite mannschaft da wir ja da komplett ausmisten werden und nur solche spieler hier wie rickhoff und so ausbauen wollen ja komm muss aufgestellt werden ja trainiert mit der ersten mannschaft das wahrscheinlich ein bug ist wahrscheinlich der bug und dann machen wir da weiter rickhoff zehn spiele zwei tore und hier kann ich doch auch eine regelung frische wie war das noch mal mit der frische wenn ich hier drauf gehe mehr auf jung mehr auf hoch fitness spiele moral form eigentlich talent talent also ich kann so machen einfach ich kann ja so machen dann brauche ich ja noch nicht mal machen dass er aufgestellt werden muss frische gar nichts warum hat er warum ist das denn so dass er 30 prozent training machen muss das verstehe ich gerade nicht habe ich da nicht was eingestellt individuell nichts umfang 0 0 0 0 0 0 und ab 24 20 ja gut gut okay da muss ich das hier auch machen die kopf wenig umfang müsste so passen dann gehen wir mal wieder in die taktik prozess sie mannschaft an natürlich haben sie am meisten tor geschossen mit andré silva aber da kümmert sich nullkommit nichts kümmern sich eher hier rung dann würde ich sagen dass ein guerrero sich um �ent экuts temas kümmern sich um mehr natürlich als so eine kloster mann und guardian da schnelle aber ich bin bei den hemmer will ich auf vorsberg schicken und heidara und so lasse ich da dann bei bellingham hier schlatter weg bleibt noch ein bisschen da reuss haaland die müssen das machen es muss einfach laufen das wird jetzt ist jetzt mal wieder ein härter gegner natürlich leipzig und wir sind nicht so stark aufgestellt mit malen und knauf über die flügel und ersatz spiel haben wir auch nicht wirklich mit aber wir gehen rein und geben natürlich wie immer unser bestes oder wir können das gewinnen ja wir gehen raus und spiel ordentlichen fußball besser so die letzten spiele alle fünf zu 0 geworden und es geht direkt mit 10 10 10 rückstand los in der fünf minute andere selber haben ihn wohl doch nicht so gut hingekriegt so passiert noch was in der zweiten in der ersten hälfte das ist lieber eher ruhig als von den angriffen her das ist natürlich bitter aber wir kommen langsam und jetzt kommt leipzig noch mal ok gut 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 von leipzig gar nichts los noch mal die gelbe karte ist noch mal angefangen und und wir gehen mit einzelnen rückstand in die halbzeit als ansprach und das war nicht der matchplan so ja bis haka du bist so gut wie raus da muss ich gleich mal gucken hier er länger kritisieren knauf kritisieren und die vierer moti 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 assistent macht die längste und bis haka ja ich kann ich kann dazu nichts sagen leider pellegrini ja wer kann das spielen wer kann das spielen immer schon immer schon könnte das spielen also machen wir das so dann hin das stelle hin und trainer hier und tauschen wie gegen mal müsste passen drei wechsel haben wir noch alle spiele auf jeden fall aufwärmen und wir hoffen einfach das beste vielleicht kriegen wir da noch was geld backen aber es sieht gar nicht danach aus es sieht eher nach aus dass wir mal wieder in die lage kriegen in der liga und das wollen wir nicht 71 können wir hier noch was drehen rasche kommt auch nicht rein berlin haben auch nicht flotterbeck jetzt fünfer form koulibaly kommt rein und ja marco rois kick mit gebacken obwohl ich glaube ich ziehe marco rois runter in der rasche rasche skates reingekommen so 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 koulibaly wollte ich eigentlich hier und ich wollte eigentlich rein jemals die chance geben dann haben wir noch ein wechsel aber ich will ich denke harland wird das eher was bringt als koko jetzt wir hoffen es einfach mal die hoffen es einfach mal dass diese kraft der wechsel uns jetzt was bringt 76 79 und normalen vorlage kostet man das perfekt 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 wir machen heute das unentschieden so kurzer cut hier erwarte ich habe nicht einfach hatte warum hat gregor kobe gespielt ist das frage ich mich gerade deswegen hat auch so eine gute form ich habe vergessen er test seken wieder 1 ist das krasse shit beginnen die ergebnisse bayern spielt auch unentschieden perfekt einfach 0 0 gegen freiburg leipzig 1 1 gegen uns volk gewinnt 32 überholt uns deswegen auch wieder gegen augsburg stuttgart 21 gegen bielefeld mainz 1 1 gegen gladbach hertha 1 zu 3 gegen leverkusen köln 32 gegen union bochum 12 gegen hoffenheim und kotter für 0 1 gegen eintracht frankfurt bochum und union erweitern ohne sieg das ist natürlich gut für bielefeld die aber mit vier punkten nicht wirklich weiter vor denen stehen und die er führt führt macht sein ding nicht so wie in echt in echt sieht es natürlich wesentlich anders aus für union aber was soll ich machen wir gehen in die stimme rein und gucken wir mal was unser trainer sagt dort man hat sich sicher nicht schlecht gespielt will die orban leipzig rainier hat die zukunft noch vor sich trainer florian bergmann die tat des tages der gesamteindruck der mannschaft hat mich positiv überrascht die präsident die mohob ok spielt der klassistik dass keiner von uns drin aber spieler des tages ist mal gut er ist mit schaub und schick rief von oder skiri von köln dabei von hoffenheim haben wir nur score von bayern haben wir herrn landes dann haben wir von wolfsburg kuli wally von leverkusen ranguis von frankfurt lenz von leipzig klostermann von lina von freiburg linhardt und von führt haben wir buchert läuft harte gg stimmt ich habe kubel wollte ich spielen das gegen leichtere gegner wie bielefeld und so und ich habe einfach vergessen ihn zurückzusetzen der segen kommt natürlich wieder drauf schlatterberg ist jetzt nicht mehr so in form kuli bali darf wieder das heißt bellingham john royce ja 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 dann je mal in timo werner darf wieder mit rainier hat natürlich nicht so geil mitgemacht dann immer hat uns noch gerettet anke die maria kommt rein und für knauf der nicht so ein starkes spiel gemacht hat harland ja muckuck startet der die bessere form ist trotzdem sind wir noch bei einer 902 stärke und sind damit wesentlich stärker nach wesentlich stärker knapp 40 punkte stärker als atalanta und gehen in die taktik das letzte spiel der heutigen folge so muriel feldspieler mit der besten durchsnote und meiste tore geschossen dann ist es doch ganz einfach klick und klick berlin und muriel und jan um elicic so muss das einfach passen wir haben viele ungelesen nachrichten integrationsprobleme bei donna marlin ja da kümmern wir uns doch gleich um da kümmern wir uns doch um spieler info details du kannst deutsch warum integrationsprobleme holländisch englisch möchte eine faire chance ja du hast mehrere du spielst immer wieder also du kannst dich eigentlich nicht beschweren wenn man das so sieht kann ich auch eigentlich von anfang an bringen für die maria aber 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 so dann wie tinja kommt wieder rein auf die bank zumindest für raschel und dann hat mir das beste dann hoffen wir das beste so heute wird kein zweikampf aus dem weg gegangen wir können mit diesem spiel alles klar machen so fünf minuten sehr ruhiges spiel er startet sehr ruhig aber es ist halt ja auch noch früh in atalanta mit der besseren anfangs formation wenn man das hier so sieht dann 20 minuten an könnte maria emritschern 10 perfekt so habe ich mir das vorgestellt dann geht es weiter die und dreißigste passierte noch was nein das 1 er doch das 1 1 von muriel aber jude bellingham lässt nicht lange auf sich warten und macht direkt das tor vorlage josef amokoko emritschern legt noch mal drauf 3 zu 1 vorlage timo werner und so sehe ich das doch gerne das ist doch die perfekte antwort 35 1 1 36 2 1 37 3 1 genau so wünscht man sich das doch halbzeit ansprache so haben uns das vorgestellt gute antwort man nolas braucht eigentlich eine pause aber was soll ich das zu sagen du musst dann du wirst auch motiviert dann haben wir die 1,5 war ihr werdet gelobt der einer wird natürlich gelobt und noch mal ein 1,5 war von der aufstellung her werde ich erstmal nichts ändern aber ich kann ja noch wechseln das ist das gute an der sofort berechnung timo werner macht noch mal tor vorlage josef amokoko zwei vorlagen ist jetzt von ihm macht auch kein schlechtes spiel schön wäre es natürlich wenn er sich selber mit dem tor krönt aber man kann ja nicht alles haben 64 so marco reuss macht noch mal platz für rainer und mannolas macht noch mal platz für schlatter weg wir haben noch drei wechseln ich kann auch dann hier mal ein ring für die maria das mache ich jetzt glaube ich auch oder ich glaube ich lass dass ich marco reuss drin nein 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 bellingham kriegt auch noch mal eine pause dafür kompetenia rein damit er ein bisschen geschont wird und moku bleibt noch ein bisschen den bringen wechsel ich aber auch noch aus da wird auf jeden fall noch harland reinkommen aber ein bisschen später als so 75 so dann haben wir die 75 die sind auch gerade beim durch wechseln und dann kommt dann er in harland mal sehen vielleicht schießt er noch ein tor dass wir natürlich noch die bombe überhaupt wenn harland noch das 1521 schießen würde aber sieht nicht danach aus und nein es pfeift ab wir gewinnen 4 zu 1 in bergamo und ja besser kann es nicht laufen besser kann sich laufen wir gehen in die ergebnisse rein und wir sind damit so ja wir sind damit safe durch wir können nicht mehr eingeholt werden nur noch von atalanta und da haben wir den direkten vergleich gewonnen so nächstes spielen müssen wir gegen brügge wir können brügge noch die europa die klar machen wenn wir gegen sie verlieren sollten und via real kann halt noch in die chef sie kommen wenn sie gegen atalanta gewinnen aber es sieht eher danach aus dass wir und atalanta da reinkommen gruppe a milan ja macht auch den deckel drauf sie wir monaco die können noch schön wichtig weiterkommen auf jeden fall und stellt sie kann kann rein theoretisch noch durch ein sieg gegen monaco eigentlich auf den dritten platz also in die europa die kommen dann in der gruppe b leipzig gegen lila macht es eigentlich so gegen die lille entschuldigt macht es eigentlich klar real madrid hat komplett klar gemacht fünf spiele fünf siege mehr will man nicht und die können auch nicht mehr eingeholt werden das ist der gruppensieg dann in der gruppe c ist das für uns noch nicht der gruppensieg glaube ich aber eigentlich denke ich schon dann in der gruppe de atletico gewinnt 1 0 gegen juve und der ist eigentlich auch so gut wie durch dann glimt gewinnt und macht es noch mal spannend die können gegen juve alles klar machen und einfach in der champions league weiterkommen und juve rausschmeißen und ja für porto ist das kapitel europa beendet was das angeht dann haben wir die gruppe e manchester city gewinnt gegen wolfsburg mit 2 zu 0 macht es damit auch klar und barca macht es noch mal spannend und gewinnt 2 1 gegen piraeus die alle noch irgendwie weiterkommen können außer natürlich da läuft also piraeus und unentschieden gegen barca gespielt die kann nicht mehr barca überholen aber sonst ist jetzt noch ziemlich spannend hier wer europa league und wer scheint sie kommt die gruppe f menschen united macht auch alles klar mit dem 4 zu 0 gegen seniz an petersburg und red bull salzburg 1 1 gegen spotting lissabon ja ist auch durch also salzburg und seniz an petersburg die müssen im nächsten spiel eigentlich alles geben um zu gucken wer in europa league kommt und sonst sporting und manchester sind auf jeden fall safe weiter in der gruppe h liverpool gewinnt 1 0 gegen inter und ajax gewinnt 4 2 gegen kiew und damit ist liverpool auch safe weiter und ajax eigentlich ajax auch also ich glaube nicht wirklich dass ajax das inter mailand dann noch was krass krass einholen kann ich bin mir aber nicht sicher also die möglichkeit besteht natürlich dahinter gegen kiew muss und liverpool gegen ajax aber aber die gruppe h psg safe weiter würde ich sagen und bayern auch und der bayern kann es auf jeden fall noch klar machen und psg wird wahrscheinlich gegen prag nichts anbrennen lassen und souverän weiter kommen dann gehen wir die stimmen und dann gucken wir mal internationale spiele sind einfach härter und dabei wird noch nicht einmal gegen regeln verstoßen iwan sararev schiedsrichter wir haben am ende verdient gewonnen aber trotzdem bergamo war sehr schwer zu schlagen trainer florian bergmann wir sind natürlich einerseits enttäuscht dass es nicht zur sensation gereicht hat wir waren ganz dicht dran auf der anderen seite können wir stolz sein dass wir so eine tolle leistung abrufen konnten gegen eine nicht so schlechte mannschaft sie haben keinen schlechten fußball gespielt trainer philipp clermont clermont oder wie das ausgesprochen wird brügge die tat des tages heute morgen habe ich in den kühlschrank gelangt der ist abgetaut so heiß war ich auf das spiel mohi gommes und damit sind wir am ende der heutigen folge angekommen nächste folge geht es direkt weiter mit dem spiel gegen vfp stuttgart und wie gesagt ich habe eine fifa karriere gestartet ihr könnt gerne mal reinschauen ich werde sie gleich verlinken wenn gleich das abspannvideo kommt wird die fifa karriere angezeigt und dann könnt ihr auf jeden fall mal reinschauen ansonsten haut rein bis zum nächsten mal und schau ich weiß dass sie wissen ja ich habe keine zeit mache immer weiter denn ich fühle diesen vibe viele wollen connecten weil sie wissen wer ich bin aber ich habe kein interesse weil ich nicht weiß wer sie sind aber lass